Wetten, dass ich es schaffe, diese Schuhe und diesen Krimskram auf, die Mülltonne zu packen, ohne dass sie umfällt? Ja, aus, alles kaputt gehen. Yeah. Das ist so eklig. Oh, oh, Steffen. Oh, Steffen. Oh, Mann. Geht durch. Was ist das? Gib ihm auch eins. Ja. Moin. Wir sind grad Idioten, die von so einem Idioten in die Eise geschossen worden sind. Kannst mal sehen, wie dumm noch die Leute sind, die in die Alza fangen, oder? Echt mal, ey. Er soll sein Maul halten. Kann man nicht sagen. Ciao, Leute.